Hi guys and welcome to the next tutorial. Ich will euch zeigen heute wie ich eine Montage bauen für die Kopfrute und zwar mit Hilfe meiner Hilfsmittel diese Bebleihungsbrett nenne ich das. Wenn ihr noch nicht gesehen habt in meinem letzten Video auf meinem YouTube-Kanal, mein persönlicher YouTube-Kanal Jason Greatrex Fishing, da habe ich gezeigt, ein bisschen unter der Lupe genommen, mein Brett, wie ich das gebaut habe, wo das Material herkommt und ja, es ist eigentlich einfach und in diesem Video siehst du auch, wie das zusammengeschustert ist. Und was ich auch zeigen will, ist wie man kostengünstig eine Wassersäule, so wo ich teste meine Montage mit Bebleihung, ob ich genug Bleih habe, das zeige ich nachher. Und aber erst mal, ja, will ich zeigen wie man eine Montage sein mit Hilfsmitteln meiner Brett. Komm mal ein bisschen dichter dran, das zeige ich euch. So, das ist alles zuerst, der richtige Werkzeug für heute ist eine Brille. Man wird nicht junger und ein bisschen Hilfsmittel. Ein Poser brauchen wir auch, eine Poser habe ich hier in einem Gramm, die Power-Modell. Und natürlich, hier braucht man eine richtige Große von Paul-Gummis. Hier probiere ich, ich habe ein Sortiment, die erste ein bisschen zu klein. Diese, ja, passt, der gefällt mir, gerade war ich nur ein 0,12er Schnur. Und nur zum Testen probiere ich den nächsten Großen. Und ja, wie gedacht, der ist zu groß, geht zu locker drauf, brauche ich nicht. So, die andere, die nehme ich mir. Dann schneide ich erst mal in drei gleiche Längen, ungefähr drei, vier Millimeter groß jeder. Manchmal benutze ich die letzte unten am Kill, ein Tick länger, ein Millimeter länger, aber das wird kein großer Roller. Ja, schneide ich ab, den Rest packe ich genau, wo es gehört. Dann nehmen wir eine 0,12er Schnur und erst mal packe ich das da hinten und als allererster kommt die Pose von oben nach unten. So, oben durch die Augen, hier habe ich eine Innenführung, das geht durch die Pose und nach unten. Jetzt schieben wir die drei Silikon drauf. Und was ich hier mache, ich lasse die ersten zwei vorbei und die letzte packe ich unten am Pose. Das heißt für mich, wenn ich aufmache meine Pose später, dann weiß ich, aha, diese Pose ist nagelneu. Und plus, wenn ich ein, zwei Meter schieben muss, dann hast du nur ein Gummi durchzugehen. Natürlich, aber immer nass machen, bevor man die Pose bewegt. Und da sehe ich, aha, der ist nagelneu und ich kann die Schieben hochunter. Wenn ich so früh mit der Länge sind, dann mache ich alle drei Silikons auf die Pose. So, am Ende mache ich eine kleine Schlaufe mit Hilfe eines Schlaufenteils. Das schneiden wir dann immer nass machen bei einer Knöte, ist richtig. The rest schneiden wir ab. Zack, die brauchen wir nicht mehr. So, und dann packe ich diese Ende um den Nagel. Das ist die Schlaufe übrigens für mein Vorfach natürlich. Dann schiebe ich die Pose ein bisschen höher. Und dann hier habe ich ein schöner Pokal. Irgendwann hatte ich einen Pokal gewonnen. Die benutze ich als Gewicht auf die Schnur. Dann ist alles schön gespannt. Das packe ich in Linie mit meinem Schottingblei. Hier habe ich einen Bebleihungspattern. Der ist 30 cm, 20 cm. Und dann der Bolk ist noch 10 cm oben weiter. Die erste Blei unten am Schlaufe. Ich mache die Schlaufe wieder ab. Die mache ich so drauf mit einer kleinen Pinzette. Dann mache ich wieder auf die Nagel. Und dann kann ich dann alles jetzt ordentlich. Die erste Blei auf 30 cm. Da mache ich drauf. Bevor ich den ganz leicht zusammenkneifen, gucke ich erstmal, dass ich in der richtigen Position bin. Leicht zusammenkneifen, will ich die Schnur nicht kaputt machen. Und ja, dann kommt, da haben wir 1, 2, 3 Droppels. Ist das 30 cm, 20 cm, 10 cm. Ah, hier. Das ist mein schöner Schotting-Chart. Das ist ein Chart. Ich habe schon, oh, seit Jahren benutze ich. Das ist dann alle Posen von 0,2 habe ich bis 2,5 Gramm. Und das sind alle nur mit Blei, nicht mit Olivetten. Aber ab 1,5 Gramm würde ich dann statt Blei, würde ich mit Olivetten arbeiten. Aber hier habe ich mir so ein, ist ganz grob, weil jede Pose ist anderes. Hier zum Beispiel 1 Gramm, dann nehme ich 6, Nummer 6, auch als der Bolg. Und 3, Nummer 10 Droppers. In der Regel kommt das hin. Natürlich muss man dann am Gewässer richtig testen, ob das reicht. So, jetzt kommt die Bolg. Hier nehmen wir Nummer 6 Bleier. Die packe ich immer schön im Mund. Und dann brauche ich nicht suchen immer. So, und dann fange ich von unten nach oben natürlich mit der Bolg. Da kommen wir jetzt eigentlich, mache ich 6 Stück drauf. Wie gesagt, in Position bringen, ganz leicht draufkneifen, ganz leicht. Der zweite, jetzt machen wir ein bisschen Fast Forward. Und die letzte Blei machen wir da drauf. 6, Nummer 6 ist. Und, ja, wenn ich ein bisschen reibe auf dem Brett, ne, hin und her, alle Blei. Das bringt die ein bisschen mehr zentral. Und dann, oh, guck mal, wie schön das ist. So, nur als Controller packe ich in meine Wassersäule. Mehr dazu nachher, diese Wassersäule. Den packe ich rein. Was ich will, ist, dass nur das Oberteil ausguckt. Den Rest mache ich am Gewässer. Da kommt, da brauche ich, ja, der ist glücklich. Da brauche ich noch ein paar Bleier drauf. Auf Feintuning mache ich am Gewässer. So, hier brauchen wir jetzt, die Montage ist fertig natürlich, außer ein Vorfach. Den Vorfach werde ich am Gewässer auswählen. Dann habe ich ein Poser von 22 cm. Da habe ich ein 25 cm Winder. Mache ich die erste Schlaufe hier drauf. Und jetzt, weil das 25 cm ist, dann zähle ich, machen wir mal die Schnur ab, dann zähle ich 25, 50, 75, 1 Meter. Und dann, bis ich genug Schnur, was ich habe, für die Tiefe drauf habe. Ja, eigentlich brauche ich diese Montage für tiefe Gewässer. Aber bei einem, ja, sicher ist sicher, ich mache 6 Meter Schnur drauf. Ja, ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, wenn ich am Gewässer bin, dann kann ich das kürzen. Lieber kürzen als verlängern. Das ist immer scheiße. So 24 mal, bei der 24, dann mache ich 24,5. Ja, so bei 24,5 umdrehen, mache ich mir eine normale Schlaufe. Und dann mache ich unter dieser Schlaufe nochmal eine Schlaufe. Wie gesagt, am Gewässer muss ich sowieso wahrscheinlich diese Schnur kürzen. Und dann muss ich nochmal, einmal Schlaufe würde ich machen für einen normalen Connector. Und zwei Schlaufen mache ich für einen Dark-Con-Connector. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt mache, ist egal. Denn diese Schlaufe kommt einfach dann in diese Clip rein, adjustierte Clips, und dass alles schön gespannt ist. Und da hast du schon deine erste Montage fertig. So, ich mache das auch immer, in meinem Mindest, ich will wissen, was drauf ist. Ein Gramm Poser. Jawohl. 0,12. Das ist 0,12 Millimeter Durchmesser von der Schnur. An dem, weil manchmal kannst du nicht gleich sehen, was hast du für eine Bebleihung drauf hier. Hier mache ich 30, 20, 10. Dann weiß ich vom Haken nach oben, habe ich 30 Zentimeter zwischen den ersten Droppers, 20 Zentimeter, 10 Zentimeter bis zur Hauptbebleihung. Ja, und das war's. Ab in die Kiste. Ja, und jetzt siehst du, wie wirklich gut dieses Hilfsmittel ist, für dieses Brett ist. Jetzt normalerweise habe ich jetzt, da habe ich neun, das sind neun, in dieser Sorte sind neun Posen. Und dann habe ich mindestens zwei von jeder Große, teilweise drei. Dann muss ich eine Menge Montage machen. Dann ist alles vorgegeben. Muss ich immer, ich muss ich nichts mehr machen. Ja, wie ihr seht, ein ganz einfacher Mittel. Es ist kein Hexenwerk. Und wie gesagt, mit Hilfe dieser Wassersäule, habt ihr in dem Film gesehen, das ist ein sogenannter KG-Rohr. Kennst du vom Straßenbau. Hat mir im Baumarkt 5 Euro und unter 6 Euro für die Rohr. Das ist ein Meter lang, 16 Zentimeter breit. Mehr als genug Platz für eine Bebleihung, von Posen zu kontrollieren. Am Ende habe ich dieses Müffelstück, passt zu diesem Rohr. Hier innen drin ist eine Gummi. Machst du mit ein bisschen Schmiermittel, oder ich habe ein bisschen Spüli genommen, den Deckel drauf gehauen mit der Hand. Mein Klempner hat gesagt, dieser Deckel hier drauf hält 10 Bar Wasserdruck drauf. 10 Bar, frage ich. Was ist das denn? Ja, wenn das voll ist, dieser 1 Meter Rohr voll ist, ist nicht mal ein Bar oder um die ein Bar. Ich habe die seit 2 Wochen stehen bei mir, voll bis hierhin mit Wasser. Kein Tropfen ausgekommen. Die ersten 24 Stunden habe ich in den Waschbecken gesteckt, weil ich ein bisschen Angst hatte. Aber nee, der ist dicht. Aber wenn es doch Wasser rauskommt, habt ihr was zusammengeschüßtet. Ich habe keine Verhaftung über diese Sachen. Ja, einfache Sachen, wie man eine Montage baut mit einem Brett, ganz einfach. Und wie gesagt, alles im Baumarkt, was man kaufen kann, für billig Geld. Der Muffel da war unter 2 Euro, in gesamt glaube ich 7,50 Euro für das Ganze bezahlt. Nicht schlecht. Ah, bevor ich Feierabend mache, für die, die kein Bock haben, natürlich gibt es immer Fertigmontagen, gerade von Preston. Wir haben verschiedene Modelle. Und diese Modelle zum Beispiel, was ich habe hier, sind die F1 Maggit und die F1 Fine. Die kommen fertig auf dem Schnur mit Bebleihung. Auch die Bebleihung ist so, wie das Chip das immer machen würde. Nur hier in Europa natürlich, vielleicht brauchen wir mehr Schnur. Wir brauchen eine dünnere Schnur oder eine dickere Schnur und andere Bebleihung. Und deswegen lieber baue ich meine eigene. Habe ich ein paar Fertigmontagen da für normale Angel. Aber sonst baue ich, bin ich viel mehr flexibel. Und ist günstiger, ne? Alles klar. Viel Spaß und ich hoffe, wir treffen uns bei dem nächsten Tutorial auf unserem YouTube-Kanal Present Innovations Germany. Deutschland ist das. Einfach eingeben, kein Problem. Bis nächstes Mal. Tschüss.